ladies and gentlemen die menschen okay was ist jetzt nicht vergiftet nein alles gut was bekomme ich da oh mein gott sich im mond gras bekommen ich habe gedacht matt stein klumpen was gut macht stein ist ja richtig gut an sich im mond glas danke was haben wir noch wow also ganz ehrlich ich habe den boss viel schwieriger erwartet man muss ihn sofort im nahkampf bearbeiten riesenkeule und jetzt bloß nichts übersehen ich habe irgendwie immer noch die hoffnung dass sie irgendwo eine rüstung das ist da geht es weiter da ist nichts mehr kann ich mir fast nicht vorstellen darf nicht aha saug saug nicht saug steinscherbe komm ich da auch rein hier kommst du nicht rein ja schön ja das spiel ist wirklich ein sehr schönes spiel wenn man weiter sonst passt man das spiel aber schon schon also so extrem schwieriger der muss er die strecke dahin bis zum bus eigentlich auch nicht weil die gegner sind nicht so schwer aber ja man muss halt ein bisschen geduldig spielen und nicht wie ich so schnell schnell also ich spiele ja die spiele nicht schnell schnell aber halt wenn ich zum beispiel den burs nicht geschafft habe und dann bis ich dahin laufe dann will ich schon schnell schnell dort sein das ist ein bisschen anders als dark souls war vielleicht noch was ich glaube nicht ein bisschen was lustig wäre wenn ich jetzt runter fallen würde und sterben würde und alles noch mal machen würde nein nein da ist gar nichts für was gehe ich hoch oder aber man kriegt so wenige rüstungen ich verstehe das nicht ich habe das tot gesehen kein stein bilder 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 ist gratis zappelnde dämonen sind nein nicht zurückkehren 13.000 oh mein gott ich muss zurückkehren fast was ist wenn da jetzt noch mal ein bus kommt geh weg wir gehen mal zurück und schauen uns das an was wir anschauen können skivir skivir wer vagabund ich bin so erleichtert ich fühle mich so glücklich kaum falscher ja das ist gut das ist gut so deponieren diese steine kann man deponieren anscheinend zum beispiel auch wenn man die braucht man kann sie trotzdem deponieren aha guck mal riesenkeule naja so was kann ich jetzt 13.000 was kann ich kaufen hat er neue sachen wunder erlernen aha guck mal reinigung wunder der seele des dämonen blutsauger verflucht sämtliche status leiden des wirkers status leiden was für status leiden leiden meine ich leiden dieses wunder bietet allen giften und seuchen aha die sich am schmutzigen boden des tals gesammelt haben die stirn oh ok seelentagung dann geh weg wunder merken oh nein ich kann nur eine aber brauche ich das noch das ist das andere thema ok gut ok vito the moonlight night resire of isterrell and sellan vinland many honorable knights have ventured into boletaria in search of the valley of defilement thank you the vicious rumors about astraya offend our most basic sense of respect for god's name however none none of these great knights has made it back could it be that the wretched valley is so infested with grime that even our lord's voice does not resonate there or perhaps it is the fate of those left behind by god we must defeat the demons annull the curse of boletaria and purge the evil magicians who manipulate those accursed souls we must defeat the demons ok do you have any i trust not i hope by the way ok have you heard the rumors about astral they failed and she and i have no idea i can't even realize what he said and what not ok 13.000 we have seen i could now i could do 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 Du willst mich verarschen. Nein, ich habe genug. Benötigte Seelen? Hä? Ach so. Nein, nicht ach so. Ich verstehe das jetzt nicht. Müsste das jetzt nicht umgekehrt sein? Hä? Okay, gut. Scheißegal. Ähm, was soll ich machen? Keine Ahnung, echt. Stärke, Kondition, Vitalität haben wir auch. Viel Magie. Magiekraft. Oh, guck mal. Noch mehr. Welle. Ja, und dann könnte ich halt auch mehr mittragen. Intelligenz. Dann hätte ich auch mehr Zauberei. Magie, Welle. Glück, nein. Ich mache mal Intelligenz. Nein, eben. Genau. Habe ich mir gesagt. Oh, nicht so. Wieso geht es nicht? Habe ich Seelen dabei? Graue Dämonenseele. Kann man die benutzen? Vielleicht. Boah. Wie schnell. Wie beweglich ich bin. So, gehen wir mal dahin. Schattenmenschen. Genau. Ganz kurz. Ich hasse dieses Gebiet. Ganz kurz. Ich will mal eine Runde fahren, damit wir einmal aufsteigen können. schon wichtig, Leute. Das ist das A und O. Hallo, Brittany. Nee. Oh, Leno ist da. Hallo, Leno. Willkommen. Wie geht's? Nein, ich streame gerade nicht. Das ist, äh... Bitte. Wie geht's? Wie steht's? Ja, so. Du hast viel verpasst jetzt. Wirklich. Du hast alles verpasst. Ja, wir wollen hier einmal fahren. Nur einmal. Damit ich... Damit ich einmal aufsteigen kann. Oh, guck mal. Wenn sie mich da... Oh, wie hilft. Oh. Öff. Wie viel Leben er hat. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Das würde mich jetzt extrem wundern. Ui, ui, ui. What the? What? Oha. Entschuldigung. Ich war nicht vorbereitet. Das zählt nicht. Scheiße. Wieso? Der kam vorhin gar nicht. Wieso kommt er jetzt? Ich... Ciao, Louis. Aber guck mal, wie viel Mana ich habe. Meine Seelen. Ich habe sie fast vergessen. Wie kannst du nun? Du schieft. Alter, ist er breiter? Oh. Ein Treffer. Guck mal, wie viel Schaden macht er. Hey. Geh weg. Ui, ui, ui. Oha. Oha. Uff. Oha, er ist schockiert. Er ist schockiert von meiner Charisma. Stirrt langsam. So, jetzt komme ich wieder. Jetzt aber. Hä? Uff. Oh mein Gott. Oha. Alter, das Gewinn ist gar nicht noch nicht zu Ende. Was mache ich? Schwarze Tendenz, oder wie das heißt. 1178. Also, ist ein bisschen wenig, finde ich. Ist ein bisschen wenig. Also, wenn ich den sehe, wie breit er ist. Also, ich habe mindestens drei Millionen erwartet. Oha, Millionen. 1.000. Ja, Leute. Also, etwas habe ich gemerkt. Wir müssen unbedingt Intelligenz. Wir müssen ein richtiger Zauberer werden. Also, sonst wird das Spiel ein bisschen schwer. Ich habe keine Lust, jedes Mal Gras zu kaufen. Ich rauche nicht. Nein, boah. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Wo schießt du, wo? Oh, Vogel. Schieß. Doktor? Oh mein Gott, ich habe getroffen, aber es hat nicht gezählt. Das Spiel hat nicht erwartet, dass ich treffe. Ich treffe immer. Oha. Ich hasse dieses Gebiet. Von Herzen. Von Herz. 1.000 Kilo. Ja, ja. Normal. So, wie viel habe ich jetzt? Ich könnte jetzt eigentlich weitergehen. Aber ich töte die auch noch schnell, wenn wir schon da sind. So schön. Diese Gegner zu töten. Ah, 79. Oh. Diese Klingensteinscher. Oh. Wo schießt du? Wo? Wieso bist du wieder hier? Ich farme ganz kurz, damit ich einmal aufsteigen kann. Ich will sie. Wieso? Ich habe ein Problem. Nein, oder? Guck mal, der sieht ja schon winzig aus, wenn man den anderen wie Phantoms. So. Gib ihm. Ja, ja, immer noch als Sadomaso-Rüstung. Das ist schon schade, ne? So ein schönes Spiel und dann die ganze Zeit, guck mal, wie ich aussehe. Ich weiß auch nicht, wie ein Bauer. Ich bin jetzt gegen Bauer. Ich finde Bauer ist schwierig, also ein sehr interessantes Arbeit. Ja, als Bauer geboren, als Bauer werde ich sterben, so fühle ich mich gerade. Traumjub. Bauer sucht. Bauer sucht. Oh, wenn sucht. Er sucht Probleme. Hä? Wo spürt ihr die? Soll ich bei Schweizerdeutsch streamen? Wo spürt ihr die? Wo spürt ihr die? Wow, 22.000. Das heißt, wenn ich noch eine Runde farmen würde... Nein, nein, mache ich nicht. Keine, keine Angst. Ladies and Gentlemen. Das will ich euch nicht antun. So, jetzt Zahnoperation. Was? 25 Schaden. Naja, so schlecht ist es auch nicht. Oh. Genieß, genieß. Was? Uff. Ui. Ui. Was? Was? Was ist das jetzt gewesen? Was ist das jetzt gewesen? Was ist das jetzt gewesen? Ja. Das bedeutet Krieg. Oh nein. Beide sind aufgestanden. Hä? Komm, komm. Schäbe dich nicht. Wieso kann ich ihn nicht fokussieren? Oh, er guckt alleine. Pfff. Alter, wieso fokussierst du ihn nicht? Oha. Aha. 57. Nein. Oh mein Gott. Eid. Beruhig dich, mein Sohn. Beruhig dich. Es tut nicht weh. Uff. Ja. Ja. Es kann nur einen geben. So, ich bin erleichtert. Und wie bin ich erleichtert? Ob ich neu geboren werde? Halleluja. Halleluja. Ei. Mach, mach, mach. Oh mein. Oh. Geschnitten. So. Oh. Oh. Gott. Ich komme zu dir nicht. Heute. Morgen vielleicht. Ich habe keine Lust heute zu sterben. Hey. 24.000 Seelen fast. Oder so. Also ich sterbe jetzt. Spinch eigentlich. Spinch eigentlich. Spinch eigentlich. Oh, gib ihm. Hä? Was ist los? Nein. 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 Bitte nicht. Nein. 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 Nein! Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 ich habe es gewusst, das Spiel wollte nicht, dass ich weiterlebe, wieder Aschlöcher, oh nein, 24.000 Seelen sind weg, nein, 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 oh, wie viel Schaden macht er, alter, stirb du, stirb, stirb, ja, jetzt geht es, jetzt geht es natürlich, nachdem ich alles verloren habe, nein, 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 nein So, nein, wow, 6700, oh, schnell, okay, das heißt, 15 Minuten, ja, oh nein, ist schon 20 Minuten, 20 Jahre habe ich auch genutzt, 20 Jahre, scheiße, Leute, das ist echt blöd, okay, Leute, falls es euch gefallen hat, gut, auch nicht gut, dann wir sehen uns im nächsten Part, oh, wo schießt der, wo schießt du wo, du Unkulturelle, bis dann, ciao.